Ey, Jungs! Ja? Video fängt an! Lama Squad! Lama Squad! Lama Squad! Was ist los mit dem Game, Digga? Das ist komplett verwirrt. Es ist doch viel besser, wenn ich hier lang gehe. Lama Squad! Das ist viel besser, ich versteh das. Manchmal, wenn das Spiel erst die Leute pranken. Habe ich hier wieder raus? Ja komm ich, gut. So. Fliebe stellen. Nein. Ey, Rätsel. Eins, zwei, drei. Ernsthaft? So leicht? Ich habe manchmal ein seltsames Gefühl. Ja. Hm. 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 Drück. So. Und der hier will auf die Eins. So. Geht doch. Ja. Ja. Ist ja drauf. Nichts als Extreme. oh hoch da Ich bin C3BO. Wie kann ich behilflich sein? Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Gut. Das müssen wir noch auf Tatooine freischalten. Junklandwüste müssen wir dafür. Da fliegen wir auch gleich erstmal hin, würde ich sagen. Okay. Okay. Let's get her. Ah okay. 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 Oh okay. Uh oh okay. 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 Lauf zu den Lammallet. Ich habe das Gefühl, dass ich hier vorbeigehen habe. Richtig da mit ihm gericht. Ich glaube nicht, dass das Ding da oben obsidian ist. Also hat es nichts mit uns zu tun. Wollen wir es versuchen, euch beim Scheitern zuzuschauen und uns invasile Geweide vertreiben? Äh, Netzwerfer. Hallo Stein. Oh, 6.71 von 1200. Das ist ja nichts. Ich bin im Auftrag der Jedi. Ich bin im Auftrag der Jedi. Komm ich da jetzt hoch? Ja, komm ich, cool. Gut, dann gib mir nen Tag hin und dann nehmen wir das Teil. Oh. Rein da. Fahrschein nach oben. Oh. 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 Und dann nehmen wir eine Zeit. Die Qual mit der Quote. Annehmen. Oh. Oh, plötzlich tut mir mein Tod voll von gerade eben leid. Optidan kann aus Feldswetten auf ganz Muster vorabgebaut werden. Aber wir haben in diesem Gebiet bereits den größten Teil davon ennommen, sodass die Ernte möglicherweise gering ausfällt. Viel Ketten. Ich war mit der Quote im Auftrag angenommen. Ich war mit der Quote im Auftrag angenommen. Ich war mit der Quote im Auftrag angenommen. Fünf von neun, sechs von neun. Die Quote im Auftrag angenommen. Diese weifen Wege zu laufen. Ei, 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 ei. Ah, eins, zwei. Dann laufe ich jetzt mal zurück. Die Quote im Auftrag angenommen. So, ja, das ist sogar das letzte. Dann laufe ich jetzt bei der Quote im Auftrag angenommen. Hat er das Autoding eingesammelt? Hat er gut. Gut, dann kannst du ja jetzt das neue Flugzeug nehmen. Weil ich hab ja das andere neue drin. Hier das, falscher Droide der Separatist. Das, weil dann haben wir nämlich beide. Ja. Und ich renne zum Charakter. Ja. Man unkelt, dass jemand vorhat, Obsidian von Mustafar zu schmuggeln. Jemand, der einen Überschuss an Obsidian hat. Ihr wisst nicht zufällig etwas darüber, oder? Hey, da oben ist ein Stein. Da, wo es anfängt. Ich werde jetzt mal nett sein. Ich habe neue Fusier. Moin! Schön, dass ihr euch so anstrengt, aber ich bauche ein Schur. So kann ich mir nicht helfen. Du willst ein Schurken? Gut, damit kommst du ein Schurken. da nehmen wir an solo aus dem classic ich habe gesagt dass ich keine krummen dinger drehen ich habe mich auf sie die anderen die republik liefern wir haben nicht in der lage nachschub zu einem kontakt in der nähe von kurs anzuschmuggeln in der lage dafür werden wir schon ja ich habe eine vorwärtskiste zusammengestellt die ihr zu einem kontakt in der nähe von kurs anbringen ist ob sie gerne ist sehr wertvoll also hütet euch verdienen gute reise alles klar haben wir nicht wir müssen jetzt ihn holen dann müssen wir mit ihm ja das ist der character wir müssen jetzt seine mission fertig machen das heißt wir müssen jetzt mit den flugzeug nach karlistan fliegen dann müssen wir noch in tatooine diesen komischen code für die türe holen und den steiner zu kriegen und nachdem wir diesen charakter gemacht haben kriegen wir noch einen charakter den wir hier holen müssen das ist wieder eine von diesen musikern das ist wieder eine von diesen musikern Ja, das ist das Obsidian, das ist das Schmuggeln. Also die Schussgeschwindigkeit von dem Teil gefällt mir auf jeden Fall. Du machst gleich rum! Zode abgeschlossen. Und das nicht nur einmal! Oh oh! Ja, da stimmt das. Nahrung binden Sie jetzt! Meine Nahrung gehört jetzt zum Volk! Wenn es weniger werden würde, wäre ja langweilig. Ich hasse es! Einer noch! Nun ziert euch doch nicht so! Kratsch! Tschuuu! Und danach fliegen wir einfach noch nach Tatooine und holen uns noch die... Diese Dings, die Typen in den Code. Irgendwo in Jumper ist keine Ahnung was. Wenn man was verlassen hat. Meins? Ne, der Jundlandswüste oder was? Der Jundlandswüste oder was? Oh ja! Oh ja! Mit der Ladung kommt die hier nicht vorbei! Der Jundlandswüste! Oh oh! Ah guck mal, da ist unser Schiff! Ich glaub, weil das mit uns hinterher steht. Ja, jetzt ist es ja unser Schiff! Ja, jetzt ist es ja unser Schiff! Nun ziert euch doch nicht so! Wenn wir länger auf den drauf hätten, wird er gescannt, dann kannst du dir noch viel einfacher abschließen, guck! Korrekt! So, jetzt müssten wir es eigentlich haben. So, jetzt müssten wir es eigentlich haben. Ich meine schon, nach drei Malen müsste man eigentlich fertig sein, meine ich. Jetzt wird kein Achtung hier oben. Oh Gott! Hast du die Lieferung aus Musterfahr dabei? Kümmere dich um diese Typen, dann reden wir! Das müssten wir, glaub ich, machen! So, jetzt ist es ja so! So, jetzt ist es ja so! 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 Wir werden euch um euer Schiff verlichten. Wir nachten. Ihr könnt uns nicht besiegen. Wir sind viel eher als ihr. Das müssen wir machen. Ne, da wo die Mission ist. Das eine haben wir übrigens gewonnen. Tarek. Tarek. Ihr habt den auf die Hand gebracht. Finde ich toll. Dieses Zeug ist großartig zum Herstellen. Das Schwarz passt nicht wirklich in unsere übliche Farbpalette. Aber was sein muss, muss sein. Stimmt's? Der Typ aus Mustafar nimmt normalerweise keine Bezahlung entgegen. Aber du scheinst dir Mühe gegeben zu haben, es herzubringen. Also, hier. Und richte unseren Dank aus. Ja. Ich hörte es schon gerade... Wer ist das? Dem haben wir gerade die Mission gegeben. Ich dachte, der ist... der hat mir vielleicht Feind eingescannt. Runehaku. Runehaku. Gut, jetzt müssen wir nach Tetsu. Ich guck jetzt einfach mal. Nebenaufträge. Kampusy müsste das sein. Oder auch nicht. Also was haben wir gesagt? Nach Tatooine die Unterwüste, ne? Ja. Ja, die Benato ist der Kreuzer der Republik. Mein Kopf guckt einfach oben raus. Warum wohl? Ja, mein Kopf guckt oben einfach raus. Äh, deine Krone ist zu dick. Ich habe neue Pizze. Das macht keinen Lass. Na toll. Noch mehr unfreiwillige Silke für Leute wie euch. Wo müssen wir jetzt hin? Äh, gute Frage. Irgendwo in der Jugend dann zu sein. Ich weiß nicht mehr wo man. Ja, irgendwo wo ein Code ist. Ich weiß nicht, dass die über Tatooine irgendwie kackt ist. Das ist schön. Ich weiß nicht. Hier wird ja wohl irgendwo dann ein Code drin sein. Das war nochmal so. Das gibt alles Klügersteine. Was? Was hat er denn ganz genau gesagt? Was hat er denn ganz genau gesagt?